Ich finde das Mörker Viertel total klasse. Es ist mitten im Herzen von Wuppertal und aktuell passiert da eine ganze Menge. Auch ihr könnt mitgestalten, zum Beispiel indem ihr mitmacht bei der Quartiersbefragung. Die Städte und auch die Mörker verändern sich stetig. Der Klimawandel, Digitalisierung, Mobilität und aktuell die Corona-Pandemie. Wir brauchen also dringend die Antwort auf die Frage, wie wollen wir im Mörker Quartier zukünftig wohnen und leben? Genau das möchten wir, ein Forschungsteam der Bergischen Universität Wuppertal und des Wuppertal-Instituts in Zusammenarbeit mit der Stadt Wuppertal gemeinsam mit dir verantworten. Die Ergebnisse helfen nicht nur der Stadt Wuppertal, sondern Initiativen und Vereine im Quartier Mörker. Ich erhoffe mir von dieser Befragung, dass wir sehr, sehr viele Hinweise bekommen, die wir in unserer zukünftigen Arbeit in Forum Mörker verwenden können. Und es wäre schön, wenn Sie auch dabei mitmachen würden. Mitmachen geht ganz einfach. Melde dich online oder telefonisch an und teile deine Meinung in den kurzen Quartiersbefragungen. Was in der Mörker besonders schön ist, das ist die Vielgestaltigkeit des Viertels, die Lebendigkeit, die Zukunftsoffenheit und auch die Nachbarschaftshilfe. Deswegen macht mit bei der Quartiersbefragung. Jede Stimme ist wichtig. Let's take part in the neighborhood survey and act for a colorful, creative and productive Mörker. Ich wohne zwar auf dem Ölberg, aber wenn du in der Mörker wohnst und über 16 Jahre alt bist, dann mach doch mit bei der Quartiersbefragung. Hi, Mörker. Deine Mörker, deine Meinung. Mach mit!